Es ist Zeit für die Hauptrolle in deinem Leben. Gib dich nicht mit der ewigen Nebenrolle zufrieden. Es ist Zeit sich zu zeigen, denn so wie du jetzt bist, bist du perfekt. Es ist jetzt die Zeit vor den Vorhang zu treten. Meine Aufgabe ist es dir zu zeigen, dass auch du ein Star bist. Obwohl ich schon viele internationale Stars fotografiert habe und immer wieder vor der Kamera habe, sind es Menschen wie du und ich, denen ich Klemmer verleihen möchte. Bleib einzigartig. Vanessa aus Adnan-Puchheim, Sabrina aus dem Mühlviertel, Helena aus Garsten, Bianca aus Wels. Du wirst neue, aufregende Facetten von dir kennenlernen und ich zeige dir, wie schön du bist. Meine Leidenschaft für die Fotografie habe ich schon früh entdeckt. Für mich als Teenager war Fotografie unweigerlich mit Hollywood verbunden. Diesen Touch von Hollywood habe ich nie verloren und will diesen in unser Wohnzimmer bringen. Denn für mich ist jede Frau, jeder Mann ein Star. Mein Name ist Sabine Starmayer und mein Name verpflichtet. Mein Name ist Sabine Starmayer und mein Name ist Sabine Starmayer und mein Name ist Sabine Starmayer. Mein Name ist Sabine Starmayer und mein Name ist Sabine Starmayer und mein Name ist Sabine Starmayer. Ich bin Sabine Starmayer und mein Name ist Sabine Starmayer und mein Name ist Sabine Starmayer. Vielen Dank.